Guten Morgen Leute, ich habe es geschafft. Ich bin ja jetzt gestern Abend angekommen hier bei Ebi & Friends und ja, ich bin echt spät angekommen, deswegen habe ich jetzt noch nicht gefilmt und wollte euch heute morgen mal den Spot zeigen und das Ganze erfahrt und es ist ein bisschen komplex hier vor Ort und ja, ich führ euch am besten einfach mal rum und zeig euch das Ganze. Es ist ein echt schöner Platz und der Wind sieht auch schon gut aus, wie ihr wahrscheinlich hört, ist aber auch schon mal wieder ordentlich. Willkommen zu Ebi & Friends und have one. Ja, hier haben wir den Frühstücksraum, wo wir morgens immer an der Langtapel was zu essen bekommen. Hinter uns haben wir noch ein Schachfeld und guten Morgen. Hier ist der WiFi- und Chill-Raum und da unten mein Freund Oswald Smith, zu dem ich nächste Woche dann nach Afrika fahre. Und was sagst du, Wind sieht gut aus, oder? Alles gut, wir haben, wer gut jetzt geht, hatte 12. 12 Knoten, 13 Knoten. Fühlt sich auf jeden Fall mehr an, als es ist draußen. Ja, und ich will euch auch gar nicht lange warten lassen, sondern ich gehe am besten direkt raus aus Wasser und nehme mal meine GoPro mit. Dann werde ich noch ein bisschen filmen, ein bisschen trainieren und den anderen halten. Mal, dass meine Familie ist. Ja, ich bin jetzt noch ein bisschen so... ... und halt noch nicht auf jeden Fall. Und ich hab jetzt viele Male. Und ich hab' jetzt ja auch noch mal ganz viel Spaß gemacht. Ich hab' jetzt noch mal was Zeit. Und ich hab' jetzt auch noch was in der Zeit ist. Ich hab' jetzt ein bisschen. Oh ja, ich hab' jetzt, Alter. Ich hab' jetzt mal was ja цел. Und ich hab' jetzt gerade mal verdient. Ich hab' jetzt mal so viel Spaß gemacht. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020